Wo sitzt ihr denn da? Ihr seid ja süß. Er steigt. Moin Leute, heute geht es los. Auf zu Equitana. Na ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass Alfi ein bisschen Quatsch macht. Aber ja, mal sehen, mal sehen. Wir können ja mal zu ihm gehen. Mama hat ihn schon vorbereitet, ihn schon eingeflochten und so. Jetzt können wir gleich schon losfahren. Auf jeden Fall sieht er sehr, sehr gut aus. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal die Schönsten. Das können wir, Alfi. Oh, cool. Ich lasse mir da jetzt ausgedrückt. Haben wir alles? Ich hoffe. Irgendwas vergessen wir irgendwie immer. Ah, das Pony ist mit. Alles gut. Das ist das Wichtigste. Zur Not machen wir Freiheitsdressur, die wir nicht können. Sollten wir Sattel oder Trense vergessen haben. Ich glaube, es sieht gut aus. Dann zeigen wir, wie es nicht geht. Okay, auf geht's. Wir sind angekommen bei der Equitana. Da sind die Krugerhallen. Und da ist der Alfi. Der wird jetzt hier erstmal eingestellt. Und dann gehen wir mal schauen. Alfi, gefällt dir deine Box? Einmal wälzen, bitte. Erstmal Pipi machen, oh ja. So, wir laden jetzt alles aus, was wir schon für die Show brauchen, weil wir den Transporter gleich wegkacken müssen. Und deswegen nehmen wir jetzt schon mal alles mit. Und natürlich eben auch das Heu und Wasser für Alfi ist ja klar. So, bevor es dann gleich losgeht, dass wir alfi satteln müssen, gehen wir jetzt noch erst einmal in die Halle. Wir müssen auch vielleicht noch nach Schabracke gucken. Das wäre total cool, wenn wir da noch eine neue finden würden. Und das machen wir jetzt mal. So, wir haben eine Schabracke gefunden. Von Eskadron. Und jetzt machen wir den Alfi fertig für den großen Auftritt gleich. Noch einmal überputzen. Und dann kann es gleich losgehen. The memory of you just come running by Pictures of sunny days With your smile and the power How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them How could they say I was broken? Untertitelung. BR 2018 Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairytale with a happy hand. Girl, you take care now. I hope we can be full. I am not the same. 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 It works out. und danach den so genannten Silent Request. Das ist deswegen, wir üben das einmal. Einmal hier der Silent Request. Bei euch. Wunderbar. Das Tor geht auch für Leas, von Ike und für Lia und Alfie. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, es gibt eine Schleife. Es ist ja wie auf dem Turnier hier. Guck mal, zeig doch mal. Das ist ehrenschleim zur 50-jährigen Jubiläum der Englitarre. Wow, ist schön. So, wir waren jetzt noch ganz kurz auf der Messe unterwegs. Wir haben da ein bisschen in den Ständen geschlendert. Ja, genau. Aber wir hatten auch nichts vor, irgendwie jetzt irgendwas Besonderes zu kaufen. Wir sind jetzt schon hier bei Alfie. Der ist total ruhig in den Stallzelten hier. Da hat er wirklich gar kein Problem mit. Das ist richtig schön zu sehen. Ich packe jetzt schon mal hier die ganzen Sachen ein und dann kann es gleich auch schon losgehen. Dann laden wir Alfie auf und dann geht's nach Hause. So, wir sind zu Hause angekommen. Es war wirklich ein total schöner Tag. Das Reiten hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön klappt. Alfie möchte jetzt natürlich erstmal auf den Paddock. Der darf ja jetzt auch hin. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Oder vielleicht sogar auf der Equitana wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020